Vielleicht kann das auch dir helfen, der Fjord. Der Fjord. Du, ich hab ja mal eine Hypnose gelernt. In Norwegen. Dadurch brauchst du den Ort des Begehrens gar nicht zu suchen, denn er findet dich. Ich hab' mir glaube ich Erfahrung gemacht. Ich weiß noch, das war in Norwegen damit. Sie stand ich vor meinem Verstorbenen. Da saß ich und dann bin ich geflogen. Das Licht am Ende des Tunnels und ganz leicht und hoch fliegen. Da ist alles. Und immer schneller, immer schneller. Ich war ganz leicht. Ich war die schnell streifende Farbe und Form und ich wusste ganz genau, das ist nicht mehr diese Dimension. Das Licht am Ende des Tunnels.